ach so ne das war die richtige ansicht so sieht mein arbeitsplatz aus ja hier ist mein mikrofon da ist eigentlich der chat aber jetzt hat sich irgendwie das teil hier drauf gelegt und hat sich einfach jetzt ist alles nach hinten verschoben irgendwann fällt es einfach vom tisch 100 zwei monitor irgendwann batsch dann liegen die unten und das war's hier das schwanz dann hast du die wilde schlag hast du ja jetzt noch kannst du über die armen münzen sammeln wenn du kein geld reinstecken willst du kannst dann gerne auch nächstes wochenende wieder mitmachen wenn du halt möchtest ich muss schon mal raus ich kann das sonst noch mal hier drauf gucken so die tastatur hat sich mittlerweile auch angehoben und fliegt hier rum die füße wo sind die füße ja das geht ja auf jeden fall nicht mit rechten dingen zu jetzt will er wieder einen screenshot machen jetzt wisst ihr aber auch warum der zerstörer ali der zerstörer ali ist jetzt wisst ihr alle warum er zerstört einfach alles